einer strukturierten Gliederung wie folgt dargestellt werden. Ith. Einführung in das Ego-Denksystem. A. Definition des Egos. B. Ursprung und Natur des Egos. C. Ziel des Egos. Zeit. Grundprinzipien des Ego-Denksystems. A. Trennung und Isolation. S. Glauben an die Trennung von Gott und anderen. Zweit. Betonung individueller Identität und Unterschiede. B. Angst und Schuld. S. Erzeugung von Angst als Kontrollinstrument. Zweit. Schuldzuweisungen und Selbstvorwürfe. C. Urteil und Angriff. A. Verurteilung und Kritik an sich selbst und anderen. Zweit in Aggression als Abwehrmechanismus. 3. Mechanismen des Ego-Denksystems. A. Projektion. S. Übertragung eigener Fehler und Ängste auf andere. B. Verdrängung und Verleugnung. A. Unterdrückung unangenehmer Gedanken und Gefühle. C. Vergleich und Wettbewerb. A. Ständige Bewertung und Vergleich mit anderen. Zweit. Streben nach Überlegenheit und Anerkennung. F. Auswirkungen des Ego-Denksystems. A. Emotionale und psychische Auswirkungen. S. Ständige Unzufriedenheit und innere Unruhe. Zweit. Angstzustände und Depressionen. B. Soziale und zwischenmenschliche Auswirkungen. S. Konflikte und Missverständnisse in Beziehungen. Zweit. Gefühl der Einsamkeit und Isolation. Überwindung des Ego-Denksystems. A. Erkennen und Bewusstwerden des Egos. Erst. Selbstbeobachtung und Achtsamkeit. Zweit. Anerkennen der eigenen ego-basierten Gedanken und Handlungen. B. Vergebung und Loslassen. Erst. Praxis der Vergebung gegenüber sich selbst und anderen. Zweit. Loslassen von Schuld und Angst. C. Verbindung mit dem wahren Selbst. Erst. Meditation und Gebet. Zweit. Erleben von innerem Frieden und Liebe. Six. Vergleich. Ego-Denksystem versus Denkweise des Heiligen Geistes. A. Grundlegende Unterschiede. Erst. Trennung versus Einheit. Zwei. Angst versus Liebe. Urteil versus Vergebung. B. Praktische Anwendung im Alltag. Erst. Entscheidungen aus der Perspektive des Heiligen Geistes treffen. Zweit. Transformation der Wahrnehmung und Erfahrungen. Diese Gliederung bietet einen umfassenden Überblick über das Ego-Denksystem laut Ein Kurs in Wundern und zeigt Wege auf, wie man dieses Denksystem erkennen und überwinden kann, um ein Leben in Frieden und Liebe zu führen. Ein Kurs. 한�antom starting. zwei. ей-Denksystem. altro- Arti?